In Frankfurt bin ich. In 100 Metern rechts abbiegen in die Nebelungenallee. Rechts abbiegen in die Nebelungenallee. In 400 Metern vor der Total rechts abbiegen. An der Ampel 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 rechts abbiegen. In 1,5 km rechts halten und auf der Eckenheimer Landstraße bleiben. In 1,5 km rechts halten. In 1,5 km rechts halten. In 400 m rechts einordnen, dann rechts halten und in die Eckenheimer Landstraße fahren. In 1,5 km rechts halten. In 600 m links abbiegen in die Hügelstraße. In 62,5 km links abbiegen in die Hügelstraße bleiben. In 65,5 km rechts halten. In 63,5 km rechts halten. In 63,5 km rechts halten. Untertitelung des ZDF, 2020 An der Ampel links abbiegen, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen in die Kirschwaldstraße. An der Ampel links abbiegen, dann in die Kirschwaldstraße.